Spätestens seit die Yellow Press über Kim Kardashian und ihr drittes und viertes Kind berichtet hat, ist Leihmutterschaft in aller Munde. Aber worum geht es bei Leihmutterschaft? Leihmutterschaft ist immer ein Vertrag über die Bestellung eines Kindes. So seltsam das klingt, es geht genau darum. Die Besteller, ein Erwachsener oder mehrere Erwachsene, ein Paar, bestellen sich bei einer Frau das Austragen eines Kindes. Das funktioniert immer nur mit künstlicher Befruchtung, also es wird der Embryo, das Kind im frühesten Stadion einer fremden Frau eingepflanzt, diese trägt es aus und soll es nach der Geburt den Bestelleltern übergeben. Es wird also von vornherein geplant, dass das Kind nicht bei jener Frau leben soll, die es austrägt. Das, was wir gemeinhin als Mutter immer bezeichnet haben, nämlich die Frau, die das Kind gebiert, diese Frau darf nicht mehr Mutter sein. Sie kann die Schwangere, die Mutter sein während der Schwangerschaft, aber danach soll sie keine Rechte mehr an dem Kind haben. Das ist auch schon einer der ersten Kritikpunkte. Geplanterweise wird im Zuge von Leihmutterschaft von Anfang an das Kind in eine gespaltene Elternschaft geschickt. Es soll von Anfang an nicht die Mutter kennen, die es eigentlich neun Monate lang geprägt hat und geborgen hat. Das ist der nächste Kritikpunkt. Man vernachlässigt alles, was wir bis dato schon wissen über die Bindung, die zwischen der Schwangeren und dem Kind während der Schwangerschaft entsteht. Ein weiterer Kritikpunkt an Leihmutterschaft ist, dass in diesem Fall sehr gerne Frauen aus Entwicklungsländern instrumentalisiert werden. Warum? Frauen in Entwicklungsländern stehen vor der Frage, wie sie ihre Familie durchs Leben bringen und da sind sie sehr gerne bereit, große Hürden auf sich zu nehmen. Das Austragen eines fremden Kindes ist eine solche Möglichkeit, ein Jahresgehalt für eine Familie zu bekommen. Dafür nehmen sie in Kauf, neun Monate lang in einem Zimmer zu liegen, genau nur das zu essen, was sie als Vertrag dürfen und nur nach dem Gewicht des Kindes bezahlt zu werden. Es muss uns klar sein, dass diese Kinder vorher ab natürlich genau selektiv untersucht werden, denn es wird dann natürlich nur ein gesundes Kind gewünscht. Frauen können per Vertrag dazu gezwungen werden, nicht erwünschte Kinder abtreiben zu müssen. Beziehungsweise kommt es auch zu den Situationen, dass die Kinder nicht abgeholt werden von den Bestelleltern. Es wächst hier ein Markt, der immer mehr dieses angebliche Recht auf ein Kind bedient und der alles ausnützt, was die Technik uns ermöglicht an Selektion. Wir selektieren Kinder nach unseren Vorstellungen, nach den Vorstellungen der Besteller. Wir nützen Armutsgefälle in unserer Welt aus. Es kommt zur Versklavung von Frauen. Es ist eine neue Form der Ausnützung von Frauen und da müssen wir genau hinschauen und uns nicht blenden lassen von Yellow-Press-Geschichten, denn hier gibt es ganz klare Parameter, die Leihmutterschaft einen Riegel vorschieben müssen. Es geht um Kinderhandel und es geht sehr oft um sklavenähnliche Bedingungen. Meiner Ansicht nach gibt es für das alles keine wirkliche Rechtfertigung und daher sollte man sich für ein weltweites Verbot von Leihmutterschaft einsetzen.